Hallo, Maikus hier von WOMOVLOG. In diesem Video machen wir an unserem Wohnmobil eine minimalinversive Verbesserung. Und zwar, wir bauen dieses Teil hier an den Kamin der alte Heizung. Wie das geht, los geht's nach dem Intro. WOMOVLOG Ja, kurz bevor wir das Ganze draußen anbauen, warum baue ich es an? Viele von euch kennen das. Die alte Heizung im Winter geht das Kondenswasser raus und läuft dann runter. Nicht nur im Winter, weil wenn sie im Betrieb ist, läuft das Kondenswasser runter und gibt hässliche Streifen am Wohnmobil. Oder aber, bleiben wir beim Winter, es gibt Eiszapfen oder Eisspuren am Wohnmobil. Und das Teil hier soll das verhindern. Wie wir es einbauen, sehen wir jetzt. Ja, sind wir draußen am Wohnmobil. Die ganze Zeit habe ich mir beholfen mit so einer Wäscheklammer, die dran ist. Aber was passiert in der Hektik? Man will schnell losfahren, man vergisst das Teil und irgendwann fliegt sie ab. Also, bringen wir uns das ganze Teil an. Wenn es hier ein bisschen rauscht und klappert, ist es gerade recht windig in der Halle und die Hallentore, die sind gerade am Klappern. Als muss ich noch vorausschicken, ich verlinke euch dieses Teil, was ich jetzt dann einbaue, unten in der Videobeschreibung. Das Teil ist selber gekauft und nicht gesponsert. So, schauen wir uns das Ganze mal näher an. Das Ganze ist ganz einfach. Ihr nehmt den Kreuzschlitzschraubenzieher, macht die beiden Schrauben raus. Ihr müsst die beiden Schrauben mal ganz rausschrauben. Es reicht, wenn er löst und dann könnt ihr den Kamindeckel abnehmen. Habt ihr den Kamindeckel ab, könnt ihr ihn rumdrehen und und das Teil natürlich richtig mit der Nase nach vorne hier draufsetzen. Ist aber auch so in der Beschreibung mit drin. Draufschieben, gucken, dass er richtig sitzt. Wieder rumdrehen, aufsetzen. Wieder anschrauben. Wieder anschrauben. Und fertig ist die Laube. Ja, soviel zum Einbau von dem Ablauf am Kamin von der Alte Heizung. Manch einer wird sich fragen, warum denn in Schwarz? Ich habe mich vorher ein bisschen informiert im Internet. Man sagt, wenn man ein weißes Teil verwendet, würde die Rußpartikel, die da rauskommen, dann das Teil recht schnell unansehnlich machen. Wenn das jemand dran hat und dem so ist, schreibt es mal bitte in die Kommentare unten, ob das Teil wirklich so unansehnlich wird. Wenn nämlich nicht, würde ich es vielleicht tauschen, weil wir wollten eigentlich auch ein weißes Teil haben. Ja, soviel zu dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du ganz wild bist, abonniere den Kanal. Es wird noch weitere Videos, Technikvideos geben und ganz wild Glocke drücken. Dann wirst du informiert, wenn es neue Videos auf dem Kanal gibt. Bleibt gesund, euer Markus.